Musik So hat es im letzten Herbst Landauf, Landab ausgesehen. Obstbäume, die sich förmlich gebogen haben unter ihrer knackigen Last. Ein Teil davon hat Gobe in der eigenen Presse zu köstlichem Saft verarbeitet. Der Rest, eine ganze Palette von gesunden und lustigen Nöpfelsorten, wie der Glockenöpfel mit seinem dezenten, harmonischen Aroma, der Idaret mit dem sehr saftigen Fruchtfleisch oder der knackige, zuckerreiche Golden Delicious, steht ihnen bei Gobe den ganzen Winterduren zur Verfügung. Möglich ist das dank der modernen Lagermethoden in kontrollierter Atmosphäre. 90 bis 95 Prozent Luftfeuchtigkeit und eine Temperatur von 2 bis 4 Grad je nach Sorten. Das garantiert, dass Obst auch nach mehreren Monaten noch ohne Qualitätsverlust für Gobe abgepackt werden kann. Saftig, frisch, gerade wie vom Baum. Viele der Nöpfel, die jetzt bei Gobe erhältlich sind, haben fremdländisch klingende Namen. Trotzdem sind das alles einheimische Sorten, die in den verschiedenen Obstbauregionen der Schweiz erprobt und angebaut werden. Mit dem täglichen Öpfel tun sie aber auch etwas ihrer Gesundheit lieb. Es ist nämlich ganz erstaunlich, was so in einem Öpfel an wertvollen Bestandteilen steckt. Und bei diesen Bildern könnte sogar der grösste Öpfelmuffel zum Öpfelfan werden. Jetzt offert euch Gobe sämtliche Öpfel in der praktischen 2,5 Kilo Traktasche günstiger. Also, macht es wenig. Jeden Tag ein Öpfel. Jeden Tag in Form. Guten Abend miteinander. In der türkischen Küche wird viel mit Hackfleisch und Joghurt geschafft. Beides brauche ich heute für meine Grütwickler. Ich habe einen Wirz gerüstet und blanchiert und die schönsten Blätter auf einem Tuch zum Abtropfen bereitgelegt. Für die Füllung habe ich die Säbel und die gehackten Peterli im Öl angedämpft und vermischt alles mit Hackfleisch vergewielten Eiern, verschiedenen Gewürzen wie Salbe und Paprika vermischen. Dann die Füllung auf die Blätter verteilen, einwickeln, also Päckchen machen und mit einem Zahnstocher verschliessen. Dann werden die Grütwickler auf allen Seiten sehr gut angeboten, mit Bouillon abgelöscht und ein bisschen Tomatenpuree dazugegeben. Und verschlossen, etwa eine halbe Stunde geschmort. Vor dem Anrichten kommt ihr noch Joghurt dazu. Und dann servieren sie die Grütwickler mit Troggeriss. Ich wünsche einen guten. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Frigo-Schocci statt 4,80 nur 3,80. Inka-Rom zwei Nachfüllbeutel statt 11,60 nur 9,20. Und morgen, übermorgen und am Samstag ein Kilogramm Bananen für nur 1,50. Auf Wiedersehen!